und hinein so ich bin ja gerade auf michael und ich habe da tatsächlich eine michael quest offen warum ist das so hart am legen alter wo ist mein auto da denn du sind wir zur nächsten mission okay aber auf allem muss ich das wieder lernen hier oh Ja, das war ein nice car, das stimmt. Und ja, ich habe einen Führerschein, sieht man nur nicht gerade. Oh, Alter, das ist richtig, das ist gegeben, weil ich bin über rot, aber das ist richtig krass gegeben. What the fuck? Hm, schön, wir gehen ins Tor fahren, mein Traum. Okay, direkt anfangen mit der Quest, haben wir hier eine Zusammenführung? Sing a more risky, Junge. Okay. Okay. Hey, uh, but, oh, hey, I'm sorry I spiked you, okay? I just, I get so mad and I can't control things, and then, you know, shit just falls on top of me, my life sucks right now, and I don't know what to do, except I want to say I love you and hug it out, but all that wimpy shit is just, well, I'd say gay, but I have some friends who are gay, so that's not cool anymore, and the ones that I don't really like, it's not because they're gay, so, lame, all right? You are just a lame and angry psycho sometimes. You do bad shit and things. I don't know if I love you, and I'm pretty sure I hate you a little bit, but I'm just so fucking upset that we can't even see each other, and you're just a drunk, lame dad. You know what? That might just be the nicest thing anybody's ever said to me. So, will you buy me a car? What? No. I mean, not in the, so will you buy me a car kind of way, in a completely off topic, can you buy me a car? I mean, firstly, I'm a fat shit that you ruin it, and secondly, I will get a job, and I will stop smoking pot, in that sort of way, okay? I love you too, son. Now, go. Oh, get a job, because I don't have the money to buy you a car. Besides which way, I'm probably going to be dead in a couple weeks anyway. Please don't die, okay? Yeah, it was great catching up with you too, Dad. Yeah. Hey. How's your mother? Oh, she's great. No, she's not. She's bored. I mean, all this mesmerizing, tantric sex she's been having with a much younger, better-built, caring, and compassionate man is great and all, but what's she going to do for the other six hours of the day? What the fuck? I'm just winding you up, you miserable bastard. She's mad at you. She's scared that you're going to die, and she wants you to go over there and prove that she give a fuck. All right, all right, all right. I can take a fucking hand. Let's go. We'll get Tracy on the way. Tracy on the other hand, she's a star. Sort of. Sort of. I think Mom's had been with me. Look at this trawling music here. This piano-kacke there. Ah, my car. So. What's been happening? You know, I don't know stuff. No, I don't know. Well, what's been happening with you? Uh, thanks. It's been, it's... It's anyone's guess. Yeah. Yeah, I get it. You were out of the city. Sure, you guys were gone, so I thought I'd, you know... Oh, okay. Here they are. Fabian, Tim, oh, what a treat. Guess we better walk up to him. Is that not my other car? Come on. Your curling has been sluggish for weeks. A little bit less lifestyle, you know, a little bit more... Oh, I'm just supposed to go... Oh, I can't... 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 Oh, boy. Excuse me, I'm trying to write a screen... Shush, woman! Hey, Amanda. Fabian. Michael? Hi, Mom. Hi, Jimmy. This is true. A picture of holistic well-being, I don't think. Hey. Maybe they shit once a year between them. Hey, that's my son! Amanda, come. I have a new unitard on hold. You must pay for it. Hey! Hey! Buddy, I'm gonna ask politely that you show my wife a little respect. Red Meat has been blocking your Chi as well as your digestive plant. I ain't gonna go there. I'm gonna ask you one time. Nicely. Michael, just hit him, please. Bitte schlag ihn doch einfach, Loll. Anything for you, sweetheart. What, what did you say? I had some really good work there, you dick! There's a lot more of that came from, Holmes. Is he alive? Hey, honey. Yeah, he's fine here. Listen, Amanda. I wanted... I'm mean to say to you. Look, I just... What he's trying to say, Mom, is that he's a pathetic, old, drunken mess, and he needs you. And you could do a lot better than a primadonna yoga instructor with an anal fixation. Someone say... Shut up! Bro, Jimmy. I guess we could try. All I'm asking for is a shot. Neutral ground. Dr. Friedlander's office. It's perfect. All of us. I'll pick up Tracy and bring her there. Meet you? Fine. All right, you. Come on. Get up, you idiot. Yoga? No. No yoga. All right. You know where your sister is, right? Yeah. Let's go. Wait, wait, wait. But what about that sugar, caffeine, and emulsified pig fat flavored beverage I want? Another time. Come on. I want one too. Later. Ach, sie fährt meine Karre. Das ist meine andere Karre. Sag her, das ist meine gewesen. Gibt hier so ein Tattoo-Studio? Was denn? Ist sie Tätowiererin? Also fahren wir jetzt zu Ende? Tracey is getting another tattoo. Asso. No, oh, God, no. That Lazlo guy is there. Lazlo? That asshole? What does he want? It's Tracy that wants something. She wants to get back on fame or shame after you and Uncle T. Cutter cameo show. Okay. Maybe we're going to help her out with that. Maybe we ought to. Hey. Let me ask you. Back there with your mom. That went okay, didn't it? Anything that ends with Fabian's first eardrum is more than okay with me. I mean with me and your mom. I think it's an important first step in, like, the direction of, okay, if you know what I mean. Yeah, yeah, I know what I mean. I think they're in here. Wunderbar eingeparkt. Oh. Steht da Zoe? Maggie Spencer. Steve Scott. Judd Parker. Benny Vasselmayer. Bobby Blue. Okay. 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 Ich habe Bock auf die Augenbrauhe. Ich habe Bock auf die Augenbrauhe. Oh. Weißt du was? Die Nase machst du auch. Wunderschön. Da bleibt ja nur noch die Ohre. Ohre. Die Ohren. Oh ja, die Nippel zupissen. Oh, ein Tattur-Reinballern. Hier we go. Oh. Hä? Achso. Ich dachte, ich kann selber was machen. Ich wollte einen Penis... Oh, er meint selber. Alles klar. Er macht schon das, was ich machen wollte. Also ich muss sagen, Michael und ich haben die gleiche Nummer erstmal. Genau das wollte ich auch rein tätigieren. Wunderschön. Das ist wie ein Kameraphone oder ein Möbel. Oh ja, ich bekomme dir einen Möbel. Ich bekomme dir einen Möbel. Ich bekomme dir einen Möbel. Oh, das ist das. Ah! Ah! Ich bin ein schade, loneer kleiner Klau. Hey! Du wirst sie auf deinem Show und du wirst sicher, dass sie gut aussieht. Schau, okay? Ich habe viel Ruhe in dieser Stadt, aber ich meine... Ich bin nicht ein Möbel. Just do it! Yeah. Alright. Alright, Trace, let's go. Wir müssen zur Therapie kommen. Wir müssen zur Therapie kommen. Also... Ich kenne dich oder so, okay? Bye! Sie ist so stroh doof. Das war herrlich. Das war herrlich. Ein bisschen Kunst betrieben hier. Das wäre es nicht gerade. Das wäre es nicht gerade. Ihr Therapist hat nicht genauer für deine mentalen Gesundheit. Also ich weiß nicht warum er in der besseren Position zu helfen würde, um zu helfen. Hey! Das war deine Möbel. Ich glaube es hat Yoga. Ha? Jetzt hat er Yoga. Literal. Wie ein Baby? Mit dem Kopf mit dem Laptop? Oh ja, wie pow! Bro! Our old man released the dude's inner tranquillity all over the bean machine baddie. To be honest... And I know it's karmically bad, but yeah, I fucking hate that dude. Yeah, I know, right? He's so up his own ass. You're a fucking contortionist. Whoopee! I contort my junk all day long and I don't act all superior about it. Just a little ashamed and empty inside. Over, Cher. Hey, guy was talking smack to your mother. Well, I applaud you, Pop. Here, here. You're like finally like using your powers of selfishness and rage for like good. Not an objective universal good, but like a subjective what's in our best interest kind of good. Fuck yeah! Awesome! Let's rob somebody! Ha! Do it, Dad! Yeah! Do it! Do it! Enough! Okay? I love that we're getting along, but not get off. What are we doing now? What are we doing now? Are we doing now? What are we doing now? We're doing now. We're doing now. Let's do that shit. Hey. How about you take care of your mother, Tom? Okay? We have some issues we need to hire. And seeing as you two aren't into it, you can just sit there and be quiet. That's cool with me. Hey. I got all the prescriptions I need, at least for the meantime. Thank you. Hey! What's up? Hey! 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 Ich bin hier drin INDIGEN! Okay! Wie sie schon da? Ey! Ich hab viel gerader gepackt als sie denn gerade anzeigt! Amanda! Gute, dir von nochmal auf! Michael, ich bin dollabhängig! Also nicht nicht oturía? Fantastisch! Michael! Sei positiv! Lewtne! Ich bin positiv, dass das ich positiv時... Dass, Michael stick! Das Sarkasm! Um, das ist eine der Grund, warum ich rausgehe, ist hinter dir. Nein, das ist nicht, Amanda,信 mir, nichts hinter mir. Nein, normalerweise gibt es eine Böse hinter dir. Für jemanden, der jeder Moment aufzunehmen arbeitet, in der sich selbst, in der sich selbst, in der sich selbst, in der sich selbst, ich muss sagen, die Progresse ist wirklich schlauend. Wie wirst du wissen, was die Progresse ist, du schuldig, schlauend, schlauend? Uh, gee, weil alles, was du machen soll, ist zu schlauern. Oh, all I do is whine. Michael, could you please stop murdering people? Michael, could you please stop endangering me and the both of your children? You kill people and then you sit in the sun and drink and feel guilty about it. That is not work. I don't see you complaining on the way to the fucking bank. I mean, let's face it, Amanda. We're trailer trash, you and me. We were taught to do this. Get a center, Michael. You have no center. How about you suck my cock? Huh? No way. We'll both get a center before that ever happens. You are such a fucking animal, a deranged animal. You fucking ain't right I'm deranged. How could I not be? I should have had you locked up years ago, you stupid shit. Do it. I'll put you in the fucking ground with the rest of them. And that's really all the time we have. Oh. Yes. That's enough for five minutes. I think we made some real progress there. That's a real Hals-Abschneider, ey. Oh, Michael. I hope this goes without saying, but family work is a little more expensive. What? Double? Squared. Of course. Take care now. Hey. So you gonna come home with me or what? Have you ever written down the question? Alright then. Kids! Okay, I understand. So, will you drive us home? Hey, I have 449.000, I can't even buy a car in the car. Hmm, naja. You know, there was a moment there. I thought... What? I don't know, like me. Maybe we still had a ways to go. You know, like... Maybe we need more time. Time for what? Time to move beyond screaming at each other. That was cathartic. Catharsis all over my face. Ooh, I got a warm, fuzzy feeling. Probably just the meds you rated. Okay. Cathartic. Alright. I just don't want it to be more of the same. Now you're the one making the demands? No, no, no. Not the man's. I, I, I'm saying you're right. Something was broke. Hold on! We got a work at the internet. We got a work at the internet. We do. All of us. Yes, mom. For real peeps. Because I started to understand something in there. No one else gets this family. Not Dr. Feebender or my yoga teacher or our tennis coach or the juice guy or the dog walker. Oh, hey, hey. Or Jimmy's third grade teacher. Or the trash guy. Or dad's proctologist. Or the guy that thinks he's Jesus on Vespucci Beach. Or the hippie bum who thinks the world is ending. We're stuck with each other. I mean, how do you explain faking our deaths, changing our names, all the lying to the FIB? That monster Trevor? There's no explaining Uncle T. Hey, is he coming to the next therapy session? What? No. No. Jeez. Just one thing, Michael. Don't get us killed. And don't get killed. Can you do that? I'll give it my best shot. Every fiber of my being, I will do whatever it takes to make sure it doesn't happen. Promise. And no more hookers or other women. What do you want me to do? Okay. Rooms. If you find dead bodies, cheap women or Trevor Phillips, we're checking into the room. Rockford Hills Hotel. With Trevor, I can actually make a promise. Yeah, I was a little bit slow. Okay, was geht jetzt hier ab? Achtung. Ja. Na, was ist denn mit dir passiert? Ähm. Moin. Hast du ja keinen Bock auf Klamotten oder so? Was ist hier passiert? Hat er die alle umgebracht? Leben die noch? Hallo? Hallo? Die sind alle tot. Warum? Ich weiß von nichts. Ich hau jetzt ab. Ich fahre jetzt erst mal ziemlich nach Hause. Nee, nicht da so. Hat er einen Quest? Wenn ja, erst mal egal. Hat er einen F-Quest. Ich fahre jetzt mal ziemlich nach Hause. Irgendwie. Und ziehen ihn mal um. Es kann ja sein, dass er nackt rumläuft. Ich glaube, dass er nicht so schön ist. Das muss ich wegfühlen. Dann gibt es etwas sehr musicnobile. Ich warte es sich,ylie. Dann GOTINис Alexa, Können Sie aus? fianchlandücken ist… Well, komme hier Kirby! Das war also. Ich COVID-194- 하는데cod entfernt zu haben in Holland. Ja, hallo! Okay. 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 Oops. Da folgt ihr mich jetzt? Ja. Scheint nicht wütend zu sein, hoffe ich. Kann man eigentlich? Okay. Ich hoffe, er kann irgendwie Motor oder Taxi oder sowas anfordern. Kann ja gehen, Taxi anfordern, ne? Und zwar über das Handy. Ich versuch das gleich mal, wenn ich aufs Land bin. Irgendwann bin ich noch sehr weit weg von irgendwas. Okay. 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 Äh, das ist ein bisschen kompliziert als das. Eigentlich Michael und ich... ...äh, nicht sprechen. ...Elle Freundschaften können nicht verwendet werden. Hey, wie geht's? Hast du Martin nach dir? Er ist hier! Ich muss gehen! Er redet gerade nicht besonders schnell aus dem Grund. Das ist hart am Lecken, da ja. Also, dass ich mich doch gefürgt habe. Dann lecke ich mich mal da hoch. Boah, wo ist denn irgendeine Straße? Ähm, das ist nicht gut. Oh. Oh. Okay. Ist halt gut überlebt. Oh, wie ist das gerade? Kacke hier. Aber da summt ich jetzt die ganze Zeit rum. Haben die vielleicht doch verfolgt? Dass sie mich töten wollen? Eigentlich ist das ganz geil, wenn ich sterbe. Weil dann komme ich in irgendein Krankenhaus. Und dann mache ich bumm. Dann mache ich bumm. Geht doch. So, mach mal bumm. Jo, langsam geht's nicht über was. Ey, Klamotten dann. Ein Traum. War das Schieten? Ich habe keine Ahnung. Ah, es hat halt 5.000 gekostet. Ist ja so. So. Ich habe Patricia. Ich habe das Haus. Kontakt. Kontakte. Luft. Ne. Die schlafen. Die Filmi. Ja, wir brauchen eine Gäste. Nicht ein Problem. Die Erwerblin ist auf der Weg. Gut. Ich habe jetzt ein Taxi gerufen, weil sie muss ich da mit dir so fahren. Ja. Ich bin auch ganz gemütlich da hindüsen. Das ist der Spot, richtig? Ich bin auch ganz gemütlich.